Mein Name ist Alain Berthet, aber vielleicht Sie kennen mich schon als der Bundespräsident mit dem sexy Akzent. Meine A-Farbe? Ich würde sagen, so etwas zwischen Oud und Beret. Mein Lieblingsfilm, ganz klar, der Erde Rignier. Mein Obby? Wögel und Lage besorgt beobachten. Mein Lieblingsessen. Ich denke, das ist Sozialismus und Chocolat. Das macht mir Angst. Vielleicht Sky Guide und Bati Basler. Mein Lieblingsgetränk. Schauen Sie, es ist eigentlich egal. Hauptsache es gibt einen guten Kriegsrausch. Was ich dir noch sagen wollte. Dominik, eigentlich du hast alles richtig gemacht. Wenn es am schönsten ist, man soll zurücktreten. Ihr noch ein Foto von mir und jetzt ich muss gehen? Mein Chauffeur wartet bereits. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.